Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Elevator Vlog. Letzte Woche haben Mirko und ich uns noch kräftig gebeatbattelt. Diese Woche wird das ein riesiges Kollabo, denn wir haben uns hier ein richtig schmuffes Live-Setup aufgebaut. Schmuffes Live-Setup. Ja, haben wir. Ist auf jeden Fall richtig. Und wir haben uns gedacht, diesmal arbeiten wir zusammen statt gegeneinander. Ja. Das macht man mit schmuffen Geräten. Genau. Was macht diese Geräte insgesamt besonders? Seht ihr hier irgendwo einen PC? Nein. 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 Übrigens Regel jetzt gleich beim Kollaborieren ist, wir müssen uns gegenseitig Komplimente zuflüstern, während der andere eine Handelein bastelt. Ich finde, das sollten wir so festmachen. Das wäre ganz geil eigentlich. Ja, das wäre so ziemlich das Gegenteil von dem, was wir vorher gemacht haben. Ja, nein. Kein Rechner und alles in Sync. Das heißt, alle Geräte hier sind per MIDI miteinander verbunden und genau darum soll es jetzt auch im Vlog erstmal gehen. Genau. Wir haben uns nämlich anhand von E-Mails überlegt, okay, hey, da ist doch recht viel Interesse. Leute, die gerade halt anfangen zu sagen, ja, ich würde schon gerne live irgendwie auch Mucke machen, wie stelle ich denn das an? Ist doch ultra schwer. Das ist so der O-Ton. Also oftmals. Ja. Und dann haben wir uns gedacht, nee, dann bauen wir doch mal so ein Setup auf. Und wie ihr seht, sind das schon ein paar schöne Geräte. Und erklären euch, wie man die untereinander verknüpft und wie die auch alle vor allen Dingen das gleiche Zeitsignal quasi kriegen. Ganz genau. Da geht es nämlich um die sogenannte Clock. Die Clock ist im Endeffekt nichts anderes als ein Taktgeber, der per MIDI übertragen wird. Ist also eigentlich immer ein gleichbleibendes Signal. In diesem Fall ist das hier unser Master. Das heißt, der hier bestimmt, wo es lang geht. Kann man sich so ein bisschen vorstellen wie in einem Boot der Trommelschläger. Ja, und alle anderen, die rudern jetzt im Takt mit. Denn ich gehe hier aus dem MIDI-Out raus, das Takt-Signal geht hier in die Toris rein und wird direkt weitergeleitet. Hier aus dem MIDI-Through, müsste hier auf der Seite sein. Und geht hier in den MIDI-In von dem JD-XI. Der wiederum geht dann hier in das Chaos-Pad, sodass das alles irgendwie in Sync funktioniert. Und das Tolle ist, wenn ich jetzt hier Start drücke. Ne? Hab da jetzt vielleicht nicht so. Okay, also nochmal zur Erklärung. Fred hat an dem Gerät Start gedrückt und sowohl dieser wunderbare JD-XI ist angegangen. Und meine, meine, und die Toris ist auch mit angegangen. Genau, sind beide angegangen und haben in einem Rhythmus gespielt. Jetzt ist es natürlich so, dass gerade wenn man anfängt, man scheut, glaube ich, so ein bisschen die Kosten, die dabei entstehen. Deswegen gibt es solche Geräte wie den JD-XI, der zum Beispiel für 500 Euro direkt mit einem Step-Sequencer ausgestattet ist, mit einem Drum-Part, mit zwei Synthesizern und einem Analog-Synth. Adäquat wäre da, glaube ich, der Circuit noch zu nennen für 300 Euro. Das sind so Geräte, die schon eigentlich alles, was hier steht, so ein bisschen beinhalten. Und die kann man häufig als Centerpiece benutzen, also als irgendwie Mittelstück, mit dem man anfängt. Und dann nach und nach kann man sich, wenn man da wirklich Bock drauf hat und merkt, ey, ich hab da irgendwie Lust drauf, eben so Sachen wie, oh, ich hab jetzt Lust, was zu samplen. Dann hol ich mir eine Loop-Station, dann sample ich das da rein und benutze die Effekte. Oder, oh, ich hab auch richtig Lust, mehr Effekte auch Sampling, aber ein bisschen mehr mit Effekten zu spielen. Dann nimmt man ein Chaos-Pad. So was hier, das wäre nämlich eine wunderschöne Anschaffung. Chaos-Pad geht natürlich immer und man kann natürlich auch, wenn man jetzt schon sowieso am Auflegen ist und Lust hat, ein bisschen Producing mit reinzubringen und zu Hause zum Beispiel ein CDJ-Setup stehen hat, schon direkt mit einem Torais anfangen. Das Ding lässt sich nämlich auch ganz einfach über einen, ja, Pioneer-DJ-Link. Genau, Kabel, alles verbindet miteinander und man kann das Ganze wunderbar einbauen in ein Live-Setup mit den CDJs, wie Fred das gerade schon gesagt hat. Dazu später, nicht später, ein andermal, nochmal mehr. Aber, wie du das alles schon wunderbar gesagt hast, um nochmal herauszukristallisieren, man kann klein anfangen und einfach weiter ergänzen. Das kann mit der Cork-Walker-Serie anfangen, ja, die kleinen Geräte. Wenn man da den Sampler oder die Cake-Variante nimmt, kann man die wunderbar untereinander benutzen, aber das heißt ja nichts, sind ja keine Limitierungen gesetzt. Das heißt, ich kann erst mal mit der Drum-Machine anfangen oder einem ähnlichen Gerät, den Step-Sequencer und dann weiter kleine Geräte hinzukaufen. Und ein Tipp von uns beiden, Achtung, Suchtgefahr. Absolute Suchtgefahr, vor allen Dingen, weil man sehr, sehr schnell sehr viele Ergebnisse und ja, fast schon dann teilweise so ein bisschen das Feeling von auflegen, nur man greift jeden Sound irgendwie einzeln an. Man bekommt da schon sehr schnell irgendwie ein Händchen für, wenn man musikalisch interessiert ist. Genau. Und ja, was auch häufig ein Problem ist, ist die Einstellung. Das heißt, wie stelle ich die Geräte, nicht die Einstellung zur Musik, sondern natürlich die Einstellung der Geräte, wie stelle ich die Geräte entsprechend ein, sodass sich das Ganze irgendwie, weil das manchmal unheimlich kompliziert wirkt, es ist aber eigentlich ganz einfach. Jedes Gerät hat eigentlich so einen System-Knopf. Hier ist der, hier unter Menü, steht hier System. Dann drücke ich hier auf Enter. Dann kann ich hier so durchcursern. Oh, das ist nochmal in die Richtung. Jetzt habe ich was umgestellt schon wieder. Zack, so. So, da, da, hier wäre jetzt meine MIDI-Source. Also wenn ich hier so durchschalte, kommt irgendwann der Punkt MIDI. Und dann stehen hier ganz viele komische Sachen. Anfangen tut das hier mit Local Switch. Was das ist, rühre ich nicht an, keine Ahnung. Das nächste wäre Program RXTX-Channel. Das heißt, hier kann ich programmieren, wohin das MIDI-Signal quasi, auf welchem Kanal der funktioniert. Gerade eben ist er auf 16 eingestellt. Wenn ich jetzt die Torize auf Kanal 16 einstellen würde, dann würde der das Signal von der Torize empfangen und ich würde hier auf den Knopf drücken und hier würde ein Ton spielen. Das heißt, das hier, wenn man jetzt nicht möchte, dass man mit einem externen Gerät das hier steuert, dann stellt man einfach den RXTX-Channel auf einen Channel, auf dem halt nichts anderes ist. Ja, in dem Fall 16. Dann gehe ich weiter, Edit Data. Ich möchte mit diesem Gerät hier keine anderen Geräte quasi bearbeiten. Deswegen TX, das heißt immer, da sende ich was hin, stelle ich hier auf Off. Denn ich möchte einfach hiermit keine anderen Geräte irgendwie beeinflussen. Ein Soft-Through bedeutet eigentlich nichts anderes als, dass das Clock-Signal einfach weitergesendet wird direkt. Und Soft deswegen wahrscheinlich, weil quasi das Kabel weich ist. Ganz genau. Dein Kabel ist auch weich. So, nein, weil die Clock quasi nochmal ein bisschen direkter durchgeschickt wird. Und dann haben wir den Sync-Modus, der ist in dem Fall auf Slave gesetzt. Das ist eigentlich auch das Allerwichtigste. Genauso wie die Clock-Source, die muss auf MIDI stehen, weil er kriegt das per MIDI, das Signal. Genauso wie hier, Slave, er bekommt das. Wenn ich das jetzt hier umstelle auf Master, dann kriegt er halt das Signal nicht mehr. Genau, richtig. Und wenn ich jetzt hier drücke, kommt auch nichts mehr an. Das heißt, wenn ich jetzt auf Slave drücke, da ist er wieder drin. Da ist er wieder drin. So, und das ist, glaube ich, hier ganz genauso, oder? Ja, was heißt ganz genauso? Ich drücke hier einmal auf dieses Zahnrad. Zahnräder solltet ihr kennen, aus Uhren. Zum Beispiel. Und vor allen Dingen aber auch immer als Systemzeichen, also drücke ich hier bei der Taurus auf System, kann hier auch hin und her switchen. Ihr habt unglaublich viele Einstellungsmöglichkeiten, unter anderem dann irgendwann halt hier die Machine-Setting quasi. Und hier habe ich auch die Einstellung MIDI, IF-Select und kann hier quasi sagen, hey, ich möchte meinen Through-Kanal benutzen können. Und kann hier hingehen, was ich machen möchte, also einfach auch wählen, was nehmen wir, USB, wie auch immer was. Lass mal das Through weg, wenn ich nämlich dann hier drücke, dann dürfte der hier kein Signal mehr bekommen. Du musst das, glaube ich... Achso, ich muss das bestätigen, entschuldige, ja. Ja, jetzt kommt ja nichts mehr. Kommt nichts mehr, kann nichts mehr kommen. Kann nichts mehr kommen, ne? Genau. So, wenn wir jetzt aber wieder hier das Ding wieder gepusht haben, tada, alles läuft wieder. Ja? Also, das ist einfach nur der Signalweg und die Einstellung davon, man muss einfach nur festlegen, hey, wer hat das, wie du das schon wunderbar erklärt hattest mit dem Trommler, wer hat das Sagen, den legt ihr als Master fest, alle anderen werden dann quasi als Slave programmiert und müssen da tun, was der Trommler sagt. Und das haben wir jetzt quasi pro Gerät überall eingestellt und wenn man, ich möchte das jetzt mal so sagen, wenn man nicht so ganz so faul ist und auch mal Lust hat, eine Gebrauchsanweisung zu lesen. Es gibt auch sehr lustig geschrieben, ne? Ja. Ich glaube, Novation hatte mal eine richtig, richtig lustige. Und Mackie hat, glaube ich, auch eine lustige. Mackie hat auch eine lustige. Genau. Und die einfach mal durchlesen und ihr werdet immer irgendwo finden, MIDI-Functions. Und wenn ihr wirklich nicht wisst, okay, wie komme ich da hin und da keinen Bock drauf habt, irgendwie rumzuexperimentieren, dann liest dieses Kapitel durch. Da steht H genau drin beschrieben, wie ihr zu diesem MIDI-Setup kommt und wie ihr das dann quasi einstellen müsst, damit das Gerät Daten sendet oder empfängt. Ja, ganz genau. Vielleicht noch ein Tipp. Ein Tipp noch. Wenn ihr mehrere Geräte habt, also wenn das jetzt wirklich schon so ist, dass ihr viele Geräte da habt und die laufen euch immer wieder out of sync und ihr merkt so, irgendwas stimmt nicht mit meinem Setup, dann liegt es ganz häufig daran, um das mal so als kleinen Tipp nebenbei reinzuwerfen, liegt es ganz häufig daran, dass die Geräte in einer Kette geschaltet sind. Es gibt sogenannte MIDI-Throughs, so Through-Boxen, die machen eigentlich nichts anderes als das Signal-Splitten. Das heißt, wenn ich jetzt das Signal hier rausschicke, dann geht es hier rein und wenn das Gerät hier, nicht wie hier, einen Through hat, sondern nur einen MIDI-Out, geht das Signal erstmal komplett einmal hier durchs Gerät durch und hier wieder raus. Dabei entsteht logischerweise eine Latenz, weil das Signal erstmal bearbeitet werden muss. Logisch. Und das schleift sich dann von Gerät zu Gerät eben entsprechend durch. Wenn ich jetzt hier einen MIDI-Through habe, dann passiert folgendes, dann gehe ich quasi hier rein und es geht direkt weiter. Das heißt, es ist so, als hätte ich da einfach nur ein Kabel drin. Das Signal geht halt direkt weiter. So ein MIDI-Through macht nichts anderes. Das heißt, ich habe hier einen Output, dann habe ich so eine kleine Box, da geht das Kabel quasi direkt rein und dann kommen vier Kabel wieder raus. Und die verteilt man dann auf die einzelnen Geräte. Also, falls ihr mal irgendwann solche Probleme haben solltet und euch das wirklich interessiert und ihr dabei seid, dann würde ich euch empfehlen, euch so eine, ich glaube, Easy hat die Micro-Through, heißt das Ding, glaube ich. Es gibt auf jeden Fall verschiedene. Wir packen es, glaube ich, mal in die Beschreibung rein, um das nochmal zu sagen. Ja, und ich würde sagen, wir machen jetzt ein bisschen... Sollen wir ein bisschen? Ein bisschen Rambazamba. Sollen wir ein bisschen? Wir sehen uns bei Rambazamba. Ready, go!